urinfarbige forsten gefunden und der da der hat seine isomatte verloren urinfarbige papiere gefunden noch mehr urinfarbige papiere gefunden da drüben sind auch urinfarbige papiere ich habe euch urinfarbige papiere gezeigt weißrötliche hähnchenfleisch gefunden mit grauen punkte dran weiße hähnchenfleisch gefunden ohne rot dran und diese grauen punkte die sind größer glaube ich die haben viel mehr fett dran und wir laufen gerade durch diesen gebiet wo hier diese viecher mit den hörnern auf dem kopf jederzeit von der seite uns anspringen könnten ich bin so ein richtiger backtuss das blendet irgendwie zu stark so ist besser das hat mir gerade der augen weh getan seht ihr diese ganzen regentropfen hier vorne das nervt mich das muss weggehen das muss weggehen das soll mich nicht nass machen hör auf damit früher wo ich hier ganz oft war da war hier kein balken gewesen und dann bin ich mit so einer billig luft matratze die ganze zeit diese bootschleuse hier runtergerutscht bis nach ganz hinten hin